Hey, Tere! Servus! Wie geht's noch hier noch? Trainieren müssen wir! Was ist das? Ja, frühes Jubiläum vom Furschenverein heute! Ja, und ist noch das? Am 24.06. Am 24.06. Sechseinhalb Stunden später. Prost, Prost! Schaut euch die hoch! Wir kommen auch zu eurem Jubiläum! Jetzt haben sie es geschnallt! Wir haben bis da, gell? Also Burschen, Druck oder Ritt? Ich hab schon wieder nichts mehr zum trinken. Bei mir ist es ja schon wieder ein Paxlistig. Ich hab auch schon wieder so einen Brand. Prost! 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 Ah, warte mal kurz. Das war auf den Auge. Wie hast du das denn geschafft, bitte? Aber das war das erste Mal, wie das geil ausgeschötert hat in der Kamera. Prost! 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 Prost!